In Hamburg ist gestern der Deutsche Radiopreis 2023 verliehen worden. Ausgezeichnet als bestes Informationsformat wurde eine Podcast-Reihe von Bayern 2 zum Münchner Olympiatentat. Die Kategorie Beste Sendung gewann Radio Bremen. Vier Stunden hatte Bremen Next Live aus einem Gefängnis berichtet. Der Deutsche Radiopreis wird in zehn Kategorien vergeben und gilt als der wichtigste Preis der Branche.